Dr. Joe Dispenza. Dass so viel unserer Programmierung, so viel unseres Unterbewusstseins in unserem Körper verwurzelt ist. Die Leute unterschätzen das, was deine Gedanken und deine negativen Emotionen auch für körperliche Schmerzen auswirken können. Dann passiert etwas Erstaunliches. Du vergisst, dass du einen Körper hast. Was denkst du denn, wenn du negative Sachen denkst und negative Sachen aussprichst, wie sich deine Welt im Außen manifestieren wird? Wahrscheinlich negativ, oder? Es ist das vertrauteste und doch unbekannte Gefühl, das du je haben wirst. Es spielt... Ich liebe das total, ich weiß nicht. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, es spielt keine Rolle. Da wir gerade in einem guten Real Talk zum Thema Bewusstsein drin waren, gehen wir jetzt in ein Video rein von Dr. Joe Dispenza, mal wieder meine lieben Freunde. Yo, was geht ab meine lieben Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf Leon Lovelock Highlights. Ich habe gerade eben während dem Stream, habe ich meinen Gymnastikball bekommen. Habe ich mir so vorgenommen, dass ich jetzt ab und zu auf dem Gymnastikball streamen werde und auch Videos schneiden werde. Weil das gut für den Rücken ist, gut für die Gesundheit und auch lustig ist. Macht Spaß, so ein bisschen rumzubouncen während dem Stream. Ich küsse euer Herzen, ich hoffe, euch geht's gut. Nur lieber an euch alle. Ihr seht hier, oben im Chat ist Liebe am Start. Kommt gerne mal vorbei auf Twitch. Lasst ein Follow da. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir rein ins Video. Und zwar heißt das Video, vergiss dein gegenwärtiges Leben. Dr. Joe Dispenza und rein. Eines der Dinge, die ich in den letzten fünf Jahren gelernt habe, ist die Tatsache, dass so viel unserer Programmierung, so viel unseres Unterbewusstseins in unserem Körper verwurzelt ist. Menschen speichern Traumen, Schockerlebnisse, Krisen, vergangene, emotionsgeladene Erlebnisse. Sie speichern sie im Körper. Ich wüsste, ich bin mir fast sicher, für alle Leute, die es mitbekommen haben, ich habe ja mal eine Zeit lang extrem Rückenschmerzen gehabt, so. Es ist immer noch leicht manchmal. Das liegt auch ein bisschen an der Disbalance, die ich leider durch meine Knieoperationen aufgebaut habe, so. Aber ich bin mir fast sicher, ich habe eben im Chat ein bisschen Real Talk gemacht über meine Down-Phase, Depression, etc., nennst du es, wie du es willst, so. Also, ich bin mir fast sicher, dass dieses Depressivsein und diese negativen Gedanken, die ich zu dem Zeitpunkt an den Tag gelegt habe, extremen Einfluss auch auf diese Schmerzen hatten, weißt du. Das ist manchmal sehr unterschätzt. Die Leute unterschätzen das, was deine Gedanken und deine negativen Emotionen auch für körperliche Schmerzen auswirken können. Das kann Krankheiten hervorrufen, Freunde. Deswegen fangt an, positiv zu denken, ja, wirklich positiv zu denken. Fangt an, euch nicht mehr so krass mit den vergangenen negativen Sachen, die passiert sind, eventuell zu identifizieren. Und lasst diese ganzen Sachen los. Seid im Moment, seid glücklich, seid liebend, seid dankbar für das, was ihr habt. Jedes Mal, wenn wir uns an das Erlebte erinnern, erzeugen wir die gleiche Chemie im Gehirn und Körper wieder. Der Körper wird also auf die Vergangenheit konditioniert und daher klammert sich der Körper in seinem Widerstand an das Bekannte und an das Vertraute. Auch wenn wir unsere Zukunft eigentlich verändern möchten. Wenn dir klar ist, dass du nicht über deine Gefühle hinausdenken kannst, während du abhängig von bestimmten Emotionen bist oder dich gedanklich und emotional immer in denselben Kreisen drehst, sodass du deinen Körper darauf konditionierst, zum Geist dieser Emotionen zu werden, Wenn Gefühle also zu einem Mittel des Denkens werden, dann denken die Menschen zum Großteil in der Vergangenheit und der Körper tut sich dann sehr schwer, weil er sich an das Bekannte klammert, da er dem Unbekannten nicht vertraut. Deshalb bleiben manche Menschen lieber in ihrem Schmerz und Leiden, anstatt sich auf das Risiko neuer Möglichkeiten einzulassen. Daran ist nichts falsch. Es geht nur darum, sich dieses Prozesses bewusst zu werden. Das ist heftig, Mann. Wir kennen doch alle diese Leute, die immer wieder von der Vergangenheit reden. Immer wieder über dieselben Geschichten aus der Vergangenheit reden. Und immer wieder das gleiche Verhalten an den Tag legen und sich wundern, warum sie da nicht rauskommen. Das haben wir ja vorhin auch im Talk gehabt mit diesem Manifestieren. Die Sachen, die du heute aussprichst, die manifestierst du in deiner Zukunft für dein Leben. Das ist einfach so. Wenn du gute Dinge aussprichst, wenn du deine Visionen aussprichst, deine Träume aussprichst und auch denkst, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher, dass du sie in der Zukunft erreichen wirst. Du musst dir immer so bewusst sein, dass alles, was du draußen in der Welt siehst, in der physischen Welt, alles, was du irgendwie anfassen kannst, alles, was materialistisch ist, hat seinen Ursprung in dem Gedanken gehabt. Don't ever play yourself, bro. Was ich nur sagen wollte, ist, alles, was du draußen in der physischen Welt siehst, alles, was materiell ist, hat mit einem Gedanken angefangen. Das musst du dir ja so bewusst machen, dass deine Gedanken Dinge in der Außenwelt realisieren können, quasi so. Was denkst du dann, wenn du negative Sachen denkst und negative Sachen aussprichst, wie sich deine Welt im Außen manifestieren wird? Wahrscheinlich negativ, oder? Wahrscheinlich ja. Wenn du positiv denkst, positiv Dinge aussprichst, träumst, liebst, gut drauf bist, in einer höheren Schwingung unterwegs bist, was denkst du, was im Außen passiert in deiner Welt? Wird was Positives kommen. Und das muss man halt realisieren so, weißt du? Wenn Leute also beginnen, diese Arbeit zu praktizieren, ist das Erste, was wir unterrichten, der Zugang zu diesem eleganten, großzügigen, gegenwärtigen Moment. Und wenn du wirklich ganz im gegenwärtigen Moment bist und dabei vollkommen fokussiert bist, dann passiert etwas Erstaunliches. Du vergisst, dass du einen Körper hast. Du vergisst die Leute in deinem Leben. Du vergisst deine Besitztümer, dein Mobiltelefon, deinen Computer, dein Auto, dein Haus. Du vergisst, wo du gerade sitzt, wo du sagst. Und das ist das geilste Feeling, ich weiß dir, das ist das geilste Feeling, wenn du schaffst, mit einer Meditation in so einen Zustand reinzukommen, dass du alles vergisst. Auf einmal merkst du, wie du alles loslässt, Bruder, weil wir identifizieren uns mit so viel Shit, Bruder. Mit meinen Klicks, so ich rede jetzt von mir, mit irgendwelchen Klicks, mit irgendwelchen Videos, mit irgendwelchen Shitstorms, mit irgendwelchen Sachen, die in meinem Leben passiert sind. Damit fängst du an, dich zu identifizieren, so. Und wenn du dann aber in den Moment wieder reinkommst, durch Meditation, und dann einfach alles wieder loslässt, beziehungsweise merkst, dass du eigentlich nichts von dem bist, Bro. Merkst du, wie ein richtiger, da, Bruder, weißt du, wie viel da von dir runterfällt? Da bist du frei, dann bist du eigentlich am, du bist, fühlst dich, als ob du fliegst, Bro. ...solltest und wo du noch hingehen musst. Und du vergisst die Zeit an sich. Deine Aufmerksamkeit liegt einfach nicht mehr auf der Zeit. Und in diesem Moment wirst du zu reinem Bewusstsein. Das ist der elegante, großzügige, gegenwärtige Moment. Und wenn du wirklich ganz im gegenwärtigen Moment bist, ist diese Intelligenz, die in dir und überall um dich herum lebt, jederzeit da. Sie ist immer präsent und aufmerksam. In genau diesem Moment entsteht eine Übereinstimmung zwischen dem subjektiven Bewusstsein, das freien Willen besitzt, und dem objektiven Bewusstsein des Quantenfelds. Du schaust quasi in den Spiegel. Damit wir unseren Körper heilen können, müssen wir über den Körper hinausgehen. Damit wir einen Teil unserer Identität oder Persönlichkeit verändern können, müssen wir uns selbst buchstäblich vergessen. Damit wir ein Problem... Ja, Alter, ich liebe den Typen. Ich weiß dir, Alter. Talk mit dem muss kommen, safe. Im oderen Zustand in unserem Leben beheben können, müssen wir unser gegenwärtiges Leben vergessen. Genau wie die vorhersehbare Zukunft. Und die altbekannte Vergangenheit. Dieses Konzept lässt sich im Grunde nur umschreiben. Das ist krass, weil das hört sich so Ding an. Das hört sich irgendwie so einfach, so simpel an, aber es ist es einfach nicht. Weißt du, wie ich meine? Doch, eigentlich schon, aber in dieser Welt, in der wir uns befinden mit so vielen Ablenkungen, mit so vielen Dingen und so, mit denen wir uns identifizieren und so viele Ablenkungen, die wir haben mit Handy und mit den ganzen Social Media Sachen und so, es ist halt wirklich krass geworden so. Aber es ist eigentlich brutal einfach. Und ich sage dir, sobald du dich von diesem ganzen... Wenn du das alles von dir loslässt und dich frei machst so und in so einem Zustand bist und mal alles losgelassen hast und dann irgendwann wieder aufwachst und im normalen Leben stattfindest, auf einmal kriegst du Visionen, Digga. Auf einmal merkst du, wie deine Persönlichkeit sich verändert. Auf einmal kommst du aufs nächste Level. Das ist einfach Fakt. Ich schwör's dir, Digga. Deswegen, ich kann nur jedem sagen, der sich noch nie mit Bewusstsein, Meditation, Yoga und solchen Geschichten auseinandergesetzt hat, macht es mal einfach. Beschäftigt euch damit, versucht es. Versucht mal wirklich langsam anzufangen. Fünf bis zehn Minuten am Tag am Anfang. Weißt du? Wirklich nur im Moment sein. Macht euch irgendwie Solfeggio-Frequenzen an, irgendeine geführte Meditation vielleicht auch oder so und fangt langsam an, in diese Sachen reinzugehen. Ich schwöre euch, das kann euer Leben verändern. Aber wenn sich Menschen sehr schwer tun, Freude hervorzurufen, während sie so starke Schmerzen haben, und sie versuchen, sich die Freude so lange vorzutäuschen, bis sie echt wird, ist meine Empfehlung schlicht und einfach. Arbeite daran, über dein Ich hinauszugehen. Wir hatten schon so viele Menschen bei unserer Arbeit, die wirklich gekämpft haben, die sich abmühten, analysierten, versuchten, über sich hinauszuwachsen, sich so zu geben, um es zu werden und all das, bis sie endlich begannen, sich an unsere Anleitung zu halten und zum Niemand, zum Nichts, zum Nirgendwo und zu Nirgendwann zu werden. Sobald du zu reinem Bewusstsein wirst, stellt sich die nächste Frage, kannst du nun als reines Bewusstsein deine Aufmerksamkeit auf das Feld richten? Kannst du dem Feld Aufmerksamkeit schenken? Kannst du dir des Feldes gewahr werden, noch stärker gewahr? Kannst du es erleben und fühlen? Kannst du mit dem verbunden bleiben, Augenblick um Augenblick um Augenblick? Nur weil du etwas nicht sehen kannst, heisst das nicht, dass es nicht existiert. So, so wie sich dein Bewusstsein, also des Bewusstseins des Quantenfeldes bewusst wird und du weniger Trennung verspürst, denk daran, Trennung gehört zu unserer dreidimensionalen Realität. Meine Sinne täuschen mir vor, dass du da drüben bist und ich hier sitze und wir durch Raum und Zeit getrennen. Umso mehr du das machst, umso mehr checkst du, wie du mit allen verbunden bist. Umso mehr gehst du raus, guckst Menschen wieder tiefer in die Augen. Du fühlst, dass du mit denen verbunden bist. Umso mehr versuchst du anderen Menschen in deiner Umgebung zu helfen. Leuten, die dir zuhören oder so, zu helfen. Was Gutes mit auf den Weg zu geben. Immer das Gute zu tun, weil du weißt, dass der eigentlich du bist so. Und du bist er. Wir sind alle zusammen, wir sind alle verbunden, wir sind alle miteinander da. Auf einmal beobachtest du Tiere ganz anders. Du kümmerst dich anders um die Umwelt. Diese ganzen Sachen passieren automatisch. Umso mehr du in dein eigenes Bewusstsein reinkommst und realisierst, dass wir alle miteinander verbunden sind, umso mehr passieren auf einmal sehr viele schöne Dinge im Außen. Auf einmal, du veränderst dich als Mensch einfach. ... sind dreidimensionale Realität. Aber sobald du beginnst, reines Bewusstsein zu werden, erlebst du nach und nach weniger Trennung. So wie du deine Aufmerksamkeit auf dieses Feld lenkst und bewusst in diesem endlosen Raum verweilst und dich darauf einstimmst und anfängst, dir der Einheit und Ganzheit immer deutlicher bewusst zu werden. Die Signatur dieses vereinheitlichen Felds, die Energie, die alles Materielle gestaltet und ordnet, ist intelligente Liebe. Es ist äußerst geordnete Energie, die wir nur als Liebe beschreiben können. Aber keine chemische Liebe, die du für deinen Hund, deine Kinder oder deinen Partner fühlst, sondern etwas Elektrisches. Es ist dermaßen, es ist das vertrauteste und doch unbekannte Gefühl, das du je haben wirst. Es bildet... Ah, ich liebe das so zu hören, ich schwöre es dir. ...dunz, es ist die Lebens... Saugt es auf, mein Liebfreund, ich schwöre es dir, sauge den, man. Es ist der Leim, der alles zusammenhält. In dem Moment, wo du ihm Aufmerksamkeit schenkst und dich mit ihm verbindest, richtest du auch deine Energie dorthin, denn Energie folgt der Aufmerksamkeit. Du investierst also deine Energie und Aufmerksamkeit in dieses Feld und beginnst nun immer mehr Einheit und Ganzheit zu fühlen und mehr Liebe. Und jetzt brauchst du nichts mehr mühsam zu versuchen, denn die Energie dieser Zentren fließt direkt ins Herz. Das haben wir schon tausende Mal in den Messungen gesehen. Dieser Mensch wird nun vom Göttlichen getauft. Und all die Anstrengungen, all die Bemühungen und all das Analysieren, all die schlechten Meditationen, all die guten Meditationen, all die Momente des Aufgebens und des Jammers waren es wert. Denn in dem Moment, wo dich das trifft, ist es das schönste und beste Gefühl, das du je erleben kannst. Ich fordere die Leute also nicht dazu auf, sich... Geiles Video, ich schwöre es dir. Ich freue mich immer wieder, ein Video von dem Bruder reinzuziehen. Ich finde es schade, dass sich dann direkt 20, 30 Zuschauer verabschieden, wenn wir in solche Themen reingehen, weil das eigentlich das ist, was Mainstream sein müsste. Weißt du, was ich meine? Leute haben halt leider keine Lust, sich mit dem Bewusstsein und mit den guten Dingen im Leben zu... Ja, sich das reinzuziehen oder so. Weißt du, die wollen immer abgelenkt werden. Beef, negative Themen und irgendwas Entertainment, Unterhaltung. Und die wollen unten gehalten werden. Und das müssen wir langsam, langsam, Step by Step immer mehr durchbrechen. Aber ich merke auch, wie auf meinem zweiten Kanal immer mehr Leute kommen, die auch wirklich interessiert sind an diesen Themen. Ich hoffe natürlich aber auch, dass sich Leute, die eigentlich sich jetzt noch gar nicht für diese Themen interessieren, dass ich die irgendwie dahin bringen kann, dass sie mal wenigstens mal ein Video mitverfolgen. So ist es so? Gefühl vorzuspielen, um so zu tun, als ob sie bereits darin angekommen wären. Ich fordere sie auf, ihre Leidenschaft zu entfachen. Wenn sie sich dann im Feld befinden und nicht mehr von ihrem Körper behindert werden, dann können sie über ihre Gefühle hinausdenken. Sie sind nicht mehr mit den Materiellen verbunden, sondern mit diesem Feld. Wenn ich am Kreieren bin, dann denke ich immer daran, wenn ich etwas tun möchte, das über alle Grenzen hinausgeht, dann muss ich mich auch grenzenlos fühlen. Wenn ich etwas Großartiges kreieren will, muss ich großartig werden. Wir müssen uns also zu diesem Zustand hinarbeiten. Das löst dann Aufregung aus, Begeisterung und eine Veränderung der Energie. Und wenn du deine Energie veränderst, veränderst du dein Leben. Niemand kann sich verändern, ohne zuerst seine Energie zu verändern. Die fundamentale Frage lautet also, was zündet deine Leidenschaft? Wofür brennst du? Was bewegt dich? Das ist ein mechanischer Prozess. Wir sind intuitiv dafür veranlagt, schöpferisch zu wirken. Wenn du und ich zum Beispiel sagen, lass uns eine neue App erstellen oder ein Programm für unsere deutsche Community. Wir sind intuitiv dazu veranlagt, schöpferisch zu erstellen. Bro, das sind... Bro, oder wie hat das gesagt? Das ist ein mechanischer Prozess. Wir sind intuitiv dafür veranlagt, schöpferisch zu wirken. Wenn du... Ist so. Ich schwöre es dir. Sind wir. Wenn wir uns freimachen von allem anderen. Weißt du, was ich meine? Wir sind eigentlich so heftige Kreaturen, wir Menschen. Wir könnten so viel bewegen. Ich schwöre es dir. Wir könnten alles aus unseren Gedanken wahrmachen. Wir könnten uns nicht mehr limitieren lassen. Wir könnten alle unseren Traum leben. Wir könnten uns alle gegenseitig unterstützen. Wir könnten den Tieren helfen, der Umwelt helfen, allen anderen Menschen helfen, die gerade sterben, weil die nichts zu essen haben und so. Wir könnten als Menschen diese Welt zu einem Paradies machen. Aber was machen wir? Wir töten uns gegenseitig. Wir machen Waffen. Wir machen Kriege. Wir unterdrücken andere Menschen. Wir haten, wir hassen und diese ganzen Sachen. Warum? Ich zum Beispiel sagen, lass uns eine neue App erstellen oder ein Programm für unsere deutsche Community. Und wir uns zusammensetzen, es durchsprechen und lauter großartige Ideen bekommen, dann verändert sich unsere Energie und wir werden ganz begeistert. Und das ist die Energie, mit der wir etwas Neues erschaffen können. Das heißt, je stärker die Emotionen sind, die wir fühlen, was gewisse Probleme oder Umstände in unserem Leben anbelangt, desto mehr fokussieren wir uns auf die Ursache. Das kann dein Ex sein, dein Chef, dein Arbeitskollege oder dein Schmerz. Im Grunde gibst du, wenn du dich auf diese Dinge fokussierst, deine Macht an diesen Menschen oder diese Sache ab. So wie du beginnst, diese Emotionen zu überwinden, während du im Prozess der Verbindung bist, so wie du diese Emotionen also überwindest, wirst du deine Aufmerksamkeit wieder von diesen Leuten und Problemen abziehen. Und du wirst das boom, boom, ein energetische Band durchtrennen, das dich mit allem aus dieser früheren und bisherigen Realität verbindet. Und jetzt ziehst du Energie zu dir und diese Energie steht dir zur Verfügung, um dir eine neue Zukunft aufzubauen. Bei so vielen Menschen ist ein großer Teil ihrer kreativen Energie im Schmerz gebunden. Sobald sie ihre Aufmerksamkeit immer mehr von den Schmerzen abziehen, nähert sich ihr Körper dem gegenwärtigen Moment täglich immer weiter an. Sei also nicht ungeduldig. Jeden Tag geht es um die Meisterschaft des Selbst. Wenn du dein Ich jeden Tag auch nur ein kleines Stück weit überwinden kannst, wirst du ein anderes Gefühl verspüren, das dein Herz erwärmt. Geil, Digga. Ich finde auch, der Übersetzer, der ist voll am Start, Bruder. Weißt du, was ich meine? Ich feier das hart, ja? Wie der das übersetzt. Der Übersetzer ist mehr am Start als der Bruder selber. Er ist voll drin, weißt du, was ich meine? Das könnte ich sein, ja? ...hinbringen möchte. Und diese Veränderungen summieren sich mit der Zeit. Ja, Meditation kann auch schwierig sein. Das erlebe ich selbst immer wieder. Bist du aber bereit, in der Gegenwart dieses Feuers zu sitzen und bereit, dich ihm zu stellen und dich immer wieder in den gegenwärtigen Moment zu holen, dann ist jedes Mal, wo du dich dabei ertappst, wie du an eine andere Person oder Sache denkst und du dir dessen bewusst wirst und dich zum gegenwärtigen Moment zurückholst und dich wieder den Möglichkeiten öffnest, dann ist das ein Sieg. Das ist es, was in uns ein Gefühl dafür auslöst, dass wir es wert sind. Es bringt uns Selbstachtung und Achtung für unsere Mitmenschen. Wir beginnen uns selbst zu würdigen und uns selbst mehr zu lieben, weil wir durch eine Feuerprobe gehen. Wir sind im Feuer, aber wir arbeiten damit und unser Körper beginnt, sich nach und nach zu verändern. Wenn du nun ein immer größeres Maß an Einheit und Ganzheit erfährst und dich mit diesem Feld verbindest, dann pass gut auf, denn sobald du mit dem Feld verbunden bist und all die latenten Systeme in dir plötzlich aufwachen, dann bekommt dein Körper ein biologisches Upgrade, weil du mit der Signatur der Ganzheit und Einheit verbunden bist. Die Frequenz deines Körpers wird sich also erhöhen und so viele Leute sagen nach ihrer Meditation, ich hatte einen OP-Termin diese Woche, aber nun habe ich keine Schmerzen mehr. Ich weiß. Ich weiß dir, Digga. Erstens das, Schmerzen lösen sich auf. Du hast auf einmal nicht mehr mit denen Dingen zu kämpfen, mit denen du vorher zu kämpfen hattest und auf einmal merken auch Menschen im Außen, wie krass du am Strahlen bist und du ziehst auf einmal voll viele Menschen an. Jeder möchte irgendwie mit dir sein, jeder sieht irgendwas Besonderes in dir und so. Das ist, umso mehr du mit dieser Quelle wieder in Verbindung kommst, die wir alle in uns haben, wir haben alle einen Teil von Gott in uns und umso mehr wir damit in Verbindung kommen, umso mehr bist du glücklicher, Bro. Umso mehr wirst du Gutes in dein Leben reinziehen, umso mehr wirst du deine Träume erfüllen können, umso mehr wirst du von Schmerzen loslassen können und aufhören zu leiden, Digga, weißt du? Was geschehen ist, ich bin einfach über mein Ich hinausgegangen und wenn du beginnst, deine Gehirnströme zu verlangsamen, von Beta zu Alpha und dann zu Täter verbindest du dich mit deinem autonomen Nervensystem. Schwester, der Bruder, der das übersetzt, der sollte auch einen Kanal machen. Ich glaube, der hat sogar auch einen Kanal, bestimmt. Bestimmt. Ist das nicht vielleicht sogar sein Kanal? Ne, Dr. Joe Dispenza, Deutsch, gibt's einen ganzen Kanal, Digga. Abonniert den, man. Wenn es immer der gleiche ist, fühle ich. Das autonome Nervensystem hat nur ein Ziel, eine Aufgabe und das ist Gleichgewicht, Einheit und Ganzheit herzustellen. Und in dem Moment, in dem du dein Ich überwindest und nicht mehr deine Identität bist, dein Schmerz oder deine Vergangenheit, dein Geschlecht oder deine Ernährung, sondern bloß noch ein Gewahrsein und diese Intelligenz wahrnimmst, dass du dir nicht mehr selbst im Weg stehst, wird sie direkt in deinen Körper strömen. Wir haben das schon bei so vielen Gehirnscans gesehen. Das autonome Nervensystem wird sich voll aktivieren und du wirst daraufhin einen komplett neuen Bewusstseinsstrom erleben und dein Körper wird ein biologisches Upgrade erhalten aus dem Feld, dessen Signatur Ganzheit ist. Krankheit ist Trennung, Schmerz ist Trennung. Auf einmal beginnt das Feld, auf zellulärer Ebene zu interagieren und die Leute fühlen sich plötzlich anders. Um das aber zu erreichen, gilt es, dich jeden Tag mit diesem Feld zu verbinden und dich dann zu fragen, wofür du dich leidenschaftlich begeistern kannst. Sobald du deine Begeisterung wachgerufen hast, verlieb dich einfach in die Vorstellung davon, dass du geheilt sein könntest. Und dann entspann dich, überlass dich dem Feld und erlaube einer höheren Intelligenz, das für dich zu bewirken. Geh einfach aus dem Weg und interagiere kontinuierlich jeden Tag mit dem Feld. Verbinde dich weiterhin mit ihm und trainier das jeden Tag. Früher oder später wirst du sagen, was alle sagen. Es war die Mühe sowas von wert. Eines der Dinge, küsst doch euer Herz, meine lieben Freunde, das ist life-changing, Bro. Die Worte, was hier erzählt wurde, das ist einfach life-changing, Bruder. Also, dieser Content erfüllt mich am meisten, muss ich sagen, meine lieben Freunde. Weil es einfach sehr positive Vibes sind und einfach nur gut, also nur was Positives den Menschen mitgibt, damit die ihr Leben in eine gute Richtung verändern, Bro. und dann auch nur was Positives